Grüezi miteinander! Wir sind Louis und Steffi und normalerweise reisen wir mit dem Camper durch alle 47 Länder in Europa. Aber, wie sagt man so schön, zu Hause ist doch eigentlich am schönsten. Und darum nehmen wir euch mit die nähersten sieben Folgen lang hier durch den Thurgau. In der ersten Folge nehmen wir euch heute mit durch die Heimat von Müller Thurgau. Wir spielen Golf in der Stadt, gehen auf den Weinweg, wo wir auch ein Picknick nehmen und schlafen schlussendlich im Gasthof Eisenbahn in Weinfelden. Habt ihr Lust darauf? Seid ihr dabei? Kommt mit, es wird super! Als erste Station gehen wir jetzt auf Stadtgolf. Wir sind vergolfen in der Stadt mit so einem Schläger. Wir sind ja wirklich gespannt, wie das funktioniert. Das erste Loch haben wir schon gefunden. Und mit Lidi da hinten, der hat uns auch schon erklärt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt geht es darum, das Loch zu treffen. Mal schauen, ob wir das schaffen. So einfach ist das Ganze nicht, oder? Nein, vor allem, wenn dann auch noch die Wiese in den Weg kommt, wird es echt schwierig. Ja, also wir müssen noch ein bisschen üben, aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Löffel, wo wir üben können. Weiter geht's. Jetzt wechseln wir vom Stadtgolf zum Urban Golf. Und was da genau der Unterschied ist, erklärt das nachher bei Didi. Das Ziel ist, den Brunnen zu treffen, und zwar mit so einem kleinen Ball. Ich bin ja wirklich gespannt. Um die Scheiben und so weiter, wo man sich anscheinend keine Sorgen machen, sind ganz, ganz weiche Bälle, wo man auch Objekte und so treffen kann. Also Urban Golf ist eigentlich sogar noch spektakulärer als Stadtgolf. Und jetzt schauen wir Steffi mal zu, ob sie in der Brunnen nie trifft. Wie viele Schläge sagst du an? Einen. Einen. Jetzt sind wir hier im Schlagraffenland, im Frauenfeld, in der Vorstadt. Und jetzt sind wir mal gespannt, was es da alles gibt. Ich sehe schon ganz viele Leckereien aus dem Thurgau. Das Schlagraffenland steht ja für Knuss aus dem Thurgau. Und ihr seht schon, viel Honig aus der Region. Öpferlingli vom Schloss Herder. Ich glaube, dort gehen wir diese Woche auch noch vorbei. Dann sehen wir das noch. Ich könnte ein Kuchtstück Gottlieber hüpfen. Die könnt ihr euch auch merken. Unsere Tour heisst mit Knuss-Tour der Thurgau. Hier passt das Lädeli natürlich optimal dazu. Ich würde sagen, wir fragen den Profi, was es da alles gibt. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind hier die Chefin vom Schlagraffenland. Also ich mache jetzt gerade Ferienablösung. Normal ist unsere Tochter hier der Chef. Wir bewegen uns im Schlagraffenland. Das ist ja so ein Ausdruck. Wie schafft es sich im Schlagraffenland? Ja, es ist immer ein bisschen versuchig. Mit süssem oder salzigem, was man immer hat. Ja. Was sind denn so die Spezialitäten? Oder was macht das Lädeli aus? Also wir versuchen hier einfach die feinsten Sachen anzubieten. und sie danach so zu präsentieren, dass die Leute einfach die Lust zu kaufen. Wir sind vor allem, werden wir angesteuert, Leute, die etwas suchen, um mitzubringen. Ja. Für den Geburtstag, Muttertag, war auch ein Thema gewesen. Natürlich haben wir es dann wieder sehr streng vor der Weihnacht. Wir wollen alle gerne Geschenke machen. Können Sie mir mal zeigen? Was ist so eine Lieblingssache, was die Leute so holen? Ja, also wir haben hier so Chutneys. Die macht eine Firma von Roten Hause. Ja. Der Chef ist ein Inder. Okay. Das ist Gurinder, oder? Gurinder, genau. Genau, Gurinder. Und er macht einfach spezielle Sachen, weil er halt aus der indischen Küche andere Gewürze nimmt. Und das ist also für uns ganz etwas fremdländisches, somit Pfiffiges. Ja. Aber es ist sehr bewirbt. Ihr seht eine wahnsinnige Vielfalt hier im Schlaraffenland. Wenn ihr also mal etwas aus dem Thurgau verschenken möchtet oder selber mal eine Spezialität aus dem Thurgau probieren möchtet, dann schützt ihr in die Vorstadt im Fraunfeld, in Schlaraffenland. So, und jetzt spielen wir weiter. Wir sind am nächsten Loch angekommen, im Lindenpark in Fraunfeld. Jetzt geht es darum, auf eine weitere Distanz den Ball ins Loch zu treffen. Ich bin ja mega gespannt, ob es jetzt schon besser funktioniert. Das macht auf jeden Fall einen Haidenspass. Im Murgauerpark gibt es noch kein offizielles Loch, aber da kommen bald zwei neue, weil der Parkour wird auf 18 Löcher in Fraunfeld erweitert. Ja. Logo, alle. Stadtgolf und Urbangolf, was ist der Unterschied genau? Primär der Unterschied ist ganz einfach. Beim Stadtgolf hat man einen etwas grösseren Ballen, beim Strassegolf ein etwas kleinerer Ballen. Und beim Stadtgolf mit Tennis-Schlägern spielt man sozusagen auf Löcher, wie wir eingelochten haben. Und mit dem Urbangolf oder dem Streetgolf quasi, oder dem Crossgolf, spielt man auf Objekten, probiert quasi mit möglichst wenig Schlägen den Ball in das Objekt hineinzuspielen. Fraunfeld ist ganz speziell für die Sportart, sage ich jetzt mal. Es gilt ja sicher auch ein Sportart. Definitiv. Und Spitzensport. Spitzensport. Es gibt eine Weltmeisterschaft. Zeig mal etwas darüber, was genau diese sechs Personen von Fraunfeld jetzt dort machen. Genau. Ja, wir teilen uns das erste Mal an die Weltmeisterschaft. Wir sind sechs Leute, die von jedem Land gehen dürfen. Wir sind sechs Thurgauer, respektive sechs Frauenfelder. Und wir sind extrem stolz, dass wir dort in Paris am 22. September Urban Golf, respektive die Schweiz vertreten dürfen. Super, dann viel Glück. Danke vielmals. Nach dieser Partie Stadtgolf oder Urban Golf, die richtig Spass gemacht hat, wird es Zeit für etwas Kultur. Schliesslich sind wir in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Wir sind in Fraunfeld. Und da gehört es sich doch eigentlich, dass wir auch das Rathaus noch schnell anschauen. In Thurgauer ist etwas ganz Spezielles. Und so tut der grosse Rathaus nicht nur an einem Ort. Im Sommerhalbjahr ist er hier in Fraunfeld. Und im Winter dann in Weinfelden. Das schauen wir später draussen noch an. Wir haben eine ganz spannende Führung bekommen durch das Rathaus. Das steckt viel mehr dahinter, als wir eigentlich gedacht hätten. Man meint ja immer, wenn man von Fraunfeld oder aus der Region ist, dass man alles ein bisschen kennt. Aber wir haben jetzt doch in den letzten paar Minuten ein paar ganz spezielle Sachen erfahren. Das ist einfach so speziell und hat so einen geschichtlichen Hintergrund, dass es hier sogar eine eigene Stadtführung gibt. Andrea hat uns jetzt hier in den letzten Minuten herumgeführt. Danke vielmals für das. Und wir schlendern jetzt noch weiter ein bisschen und zeigen euch noch ein paar Bilder, wie es hier in Fraunfeld ausgefällt. Jetzt geht es weiter auf Weinfelden. Und schon sind wir in Weinfelden auch gekommen und stehen jetzt hier vor dem Rathaus. Wir haben euch von dem ja in Fraunfeld vorhin schon erzählt, wegen dem grossen Rathaus. Aber darum geht es euch jetzt eigentlich gar nicht. Wir sind schon am Bahnhof gewesen, haben unsere Rucksäcke für den Weinweg abgeholt und gehen jetzt auf die Spuren von eben genau diesem Weindor. Eine von den Stationen auf dem Weinweg ist ein Weisafe. Und damit wir dann auch den Code haben, um den aufzumachen können, haben wir hier alle Informationen bekommen und müssen jetzt noch SMS schicken. Jetzt sind wir die ganze Zeit schon im Repair. Jetzt wollen wir wissen, was es macht. Grüezi wohl. Ja, Hallihallo miteinander. Genau. Und was gibt es denn jetzt schon zu tun im Repair? Ja, im Moment tun wir die überzähligen Treiben weg. Ein bisschen regulieren die Menge, damit wir die Qualität hochhalten können. Ah, dann nimmt man die Treiben weg, damit es weniger dafür bessere Truben gibt. Also die, die doppelt sind oder die, die so kümmerlich sind, ein kleines Geschmäustern, da gibt nichts Schlaues mehr. Ah, okay. Genau. Bei euch kann man doch manchmal sowieso kommen und helfen. Ja. Aber im Herbst ist das dann, oder? Im Herbst bei den Weiles, genau. Ja, für spontane Leute ist das immer eine lässige Erfahrung. Wenn wir jetzt bereit sind, wenn ich am Abend vorher anrufe und am nächsten Tag jetzt Zeit habe. Dann meldet man sich sozusagen vorhin an. Genau. Sie haben eine Telefonnummer, geben Sie das Telefon. Morgen ist es soweit. Genau. Und dann kann man kommen und helfen. Genau, ja. Danke vielmals für diesen Einblick. Für uns geht es jetzt weiter am Weinweg entlang. Eigentlich wollten wir beim Repgut Sonnenhalten noch schnell fragen, was sie gerade am Arbeiten sind. Und jetzt hat uns die liebe Dame das Klasse versprochen. Und wer kann bei diesen Temperaturen Nein sagen? Von mir sicher nicht. So sind es halt die Thurgauer. So sieht dann das aus. Aber nicht nur das ist super, sondern vor allem das. Wobei wir haben ja gerade gelernt, es ist schlechtes Wetter. Man sieht immer Berge. Ja, anscheinend wenn man hier die Berge nicht sieht, ist schlechtes Wetter. Für uns ist das aber hammerschön. So eine Wanderung mit so schönem Wetter. Macht nicht nur hungrig, sondern natürlich auch auf dem Weinweg durchstellt. Wirklich die Zeit, dass wir uns mal ein bisschen pflegen. Wir freuen uns sehr. Danke vielmals. Danke auch. Vom Wiegut Urkart haben wir jetzt so einen ganzen Sack voll Köstlichkeiten überkommen. Wir freuen uns jetzt richtig drauf und suchen uns jetzt irgendwo einen schönen Rastplatz, wo wir das Ganze geniessen können. Übrigens ein super innovativer Betrieb. Ganz ein junger Betreiber, der richtig zieht. Hat uns jetzt kurz alles gezeigt. Wir haben auch ein paar Bilder gesehen. Richtig einen coolen Ort. Aber für uns geht es jetzt weiter. Weil langsam haben wir schon ein wenig Hunger und Durst. Wir haben ein SMS geschickt, um den Code für den Weisafe zu bekommen. Den geben wir jetzt mal kurz ein. Und jetzt machen wir mal die Türen auf. Genau. Und jetzt bin ich super gespannt, was da rein hat. Ein Weisafe. Versteht man sich vor? Und um einen Weisafe? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es schon mal einen Flaschenöffner, was natürlich super praktisch ist. Kakenzieher. Kakenzieher. Ein wunderschönes Gästebuch. Da werden wir uns dann gleich auch noch schnell verewigen. Und ich denke mal, normalerweise hat es hier noch mehr Wein drin. Momentan hat es nicht so viel drin. Aber ihr wisst, wir haben vorhin gerade oben beim Burkhard unseren Wein bekommen. Und dort trinken wir dann nachher ein lauschiges Plätzchen. Das haben wir schon gefunden. Aber das ist jetzt der Weisafe. Weibestellungen können wir auch machen. Wir machen den jetzt aber wieder zu und gehen runter in die Pavillon. Und jetzt ist es definitiv Zeit für das Poiselement. Eine wunderbare Pavillon hier in den Weinbergen gefunden. Die Hafle ist üppig gedeckt. Wir haben vom Stillsitter über den Wein vom Burkhard feine Söseli. Wir haben wirklich alles, was das Herz begehrt. Wir lassen es jetzt gut gehen, bevor wir den weiteren Weg auf dem Weinweg auf uns nehmen. Prost. Zum Wohl. Einfach nur herrlich. So ein Picknick in der Mitte der Weinberge. Es gibt doch einfach wirklich fast nichts Schöneres. Und wisst ihr, was besonders schön ist? Wenn man auch als Thurgauer, wenn man hier zu Hause ist, einmal den eigenen Kanton erkunden kann. Weil da finden wir wirklich immer wieder Sachen, die man so gar nicht kennt haben. Zum Beispiel der Weisafe oder der Pavillon, wo man mitten in den Weinbergen ein Picknick geniessen kann. Es war herrlich. Der Weinweg haben wir schon fast geschafft. Wir mussten ihn ein bisschen abkürzen, weil wir überall von diesen lieben Leuten eingeladen worden sind. Er ist aber noch nicht ganz fertig. Wir treffen jetzt gerade noch einen Gemeinderat von Weinfelden. Und da sind wir super gespannt, weil er wird uns noch ein paar Infos über den Weinweg geben. Und vor allem über die Highlights. Valentin Hasloth, Gemeinderat, hat wie BV angetönt, nimmt sich Zeit für uns auf dem Weinweg. Wir dürfen jetzt ein paar Fragen stellen. Unter anderem wir uns natürlich wundern, wie viele Kilometer kann man hier auf dem Weinweg laufen? Sehr gerne, also herzlich willkommen. Der ganze Weg ist 9,7 Kilometer lang. Wir haben auf dem ganzen Weg rund 18 Informationstabeln, wo wir ganz verschiedene Sachen durchführen können. Über das Thema Wein, Gerätbau und die verschiedenen Winzer, die am Ostenberg sind. Wir merken das auch ein bisschen über die Region, nicht nur über den Wein selber, sondern auch ein bisschen über die Region Weinfelder und vor allem am Ostenberg, oder? Das ist ja so, ja. Man sieht zum Beispiel auch die verschiedenen Bodenschichten, die es hat. Das ist zum Beispiel auch ein Informationsstab. Wie viele Winzer sind die Beteiligten? Oder kann man auch sagen, wie viele Wein kann man probieren mit dieser Gruppe? Ja, grundsätzlich sind einmal elf Winzer. Mit dem ganzen Weinweg anzutreffen oder beteiligen. Und da hat natürlich jeder Winzer seine verschiedene Trepp-Sorten. Und im Weisafe selber, dort hat es rund 20 verschiedene Sorten Wein, die man probieren kann. Eben, du verzeihst, gerade Weisafe, das ist ja einer von diesen Highlights, das haben wir jetzt auf unserer Tour auch erfahren. Es gibt aber sicher mal mehr Highlights. Was sind so deine Punkte? Und du musst sagen mal, dass es wirklich gut ist. Also eben, wie gesagt, ich denke, wenn man am Bahnhof Heifelden ankommt und dort den Rucksack packen kann, darf ich vielleicht gar nicht sagen. Dann ist man eigentlich schon mal ganz gut ausgestattet für die ganze Weihwege. Man hat den Providant drin, man hat das Weinglas drin, man hat den Plan drin, man hat den Kugelschreiber drin, man hat den Block drin, um sich Notizen zu machen. Und wenn man nicht mehr kann, gibt es auch noch einen gruben Zucker drin, den man dann nehmen kann. Und natürlich hat es Wasser drin, vor allem, wenn es so warm und schön ist wie heute, dass man auch etwas zum Trinken hat. Dann trifft man dich das nächste Mal auf den Weihwege, gell? Ja, das ist schon schwierig. Ich weiß auch nicht, wenn ich wieder mal eine Gruppe so wie heute ausführen darf. Ich denke beim Arbeiten dort. Das wäre es gewesen vom Weihwanderweg, herrlich ist es gewesen. Wunderbare Aussichten, das Wetter, einfach... Nehmen genug Zeit und genug Durst mit, wenn wir das machen. Ein bisschen Sonnengegen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch cool gewesen, dass uns jetzt der Gemeinderat am Schluss noch Auskunft gegeben hat. Ja, das wäre es gewesen. Nicht für heute, sondern für den Weihwanderweg. Wir müssen jetzt noch schauen, wo wir heute Nacht schlafen. Da sind wir super gespannt drauf. Der Einz ist heute aber wirklich gerade das Schmuckstück eines Zimmern gegeben. Im Eisebähnli. Ich bin gerade beim Bahnhof in Weinfelden. Steffi zeigt euch auch mal schnell, wie das aussieht hier. Einen schönen hohen Raum. Hell. Viel Licht. Das fällt mir sehr gut. Wetter. Sie sind auch schön weich aus und sind auch. Ein kleiner wie kohls Gewuss. Das nehme ich auch immer gerne an. Und da habe ich am meisten Begehr momentan. Eine Dusche. Wunderschön, oder? Sehr. Ich freue mich schon aus der Nacht. Da gibt es euch beide. Ja, nach dieser Wanderung könnten wir natürlich tatsächlich gerade ins Bett fallen. Mit dem ist aber nichts. Es gibt noch ein ganz feines Nachtessen hier im Eisebähnli. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Wir sind bereit fürs Abendessen. Ein bisschen umgezogen. Obwohl, bereit. Ich bin barfuß. Wieso bist du barfuß? Meine Schuhe sind im Auto. Was glaubst du gibt's? Die Forellen. Wenn wir ja heute schon den ganzen Tag aus Müller-Thurgau landgelaufen sind, dann gehört natürlich auch ein Müller-Thurgau auf der Piste zu machen. Im Hauptgang gibt es jetzt noch einen anderen Winner. Ein roter, und zwar vom Wolfer. Der nennt sich Sequana. Und der hat die Goldmedaille gewonnen. Mit einem Prix de Vueur Suisse. Und der schmeckt also auch wirklich preiskrönt. Jetzt sind wir noch gespannt, was es zum Hauptgang gibt. Der Winner, der passt schon mal. Natürlich haben wir auch noch eine Forelle überbachen mit Café de Paris. Und der Louis hat das Rindfilet im Teller. Es ist mittlerweile beim Dessert angelangt und da gibt es etwas ganz Spezielles. Wer von euch kennt bitte schön das Gericht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Darum sage ich jetzt kurz den Namen. Das sind die Nonnenfürzeln. Und das haben wir so noch nie gegessen. Bei der Steffi gibt es ein zweifarbiges Schokimus. Also wirklich supergut. Und nachher müssen wir definitiv mal schauen, wer das Ganze so fein zusammengestellt hat. Ich würde sagen, wir machen noch einen Abstecher in die Küche. Aber zuerst Dessert. Probieren wir das jetzt noch. Hallo. 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 Wir wollten uns gleich Danke sagen für das fein Essen, das wir hier gekommen haben. Wer haben wir denn hier von uns? Ich bin der Ritter Leuching. Ich bin der Gastgeber hier in der zweiten Generation. Und danke vielmals, das sagst du mir. Danke. Wir hatten Forelle. Es ist ja aussen auch überall ein bisschen angeschrieben. Das ist doch ganz typisch für euch. Oder was sind die Spezialgerichte von Isabelle? Ja, wir haben seit ca. 10 Jahren eigentlich Waldweihe. Wo wir zwei Gini-Porellenweihe haben. Und die züchten wir selber. Die sind ganz kleine Fischchen, die wir einsetzen. Und wir rachsen die ganz langsam in den Jahren. Und da haben wir uns wirklich einen schönen Abend machen. Und es macht mir richtig Spass, mit diesen Produkten zu schaffen. Also es ist schon so ein bisschen, wenn man das Eisende endlich kommt. Das typisch sind Forellen, oder? Zur Zeit ist es sicher so, dass man die Forellen gerade hat. Den ganzen Monat April und Mai haben wir die Forellenwoche. Und sonst sind wir sehr bekannt für unsere Wildspezialitäten. Das ist dann aber im Herbst, also im September. Wunderbar, dann können wir ja gar nicht weiter stören. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Und wir gehen jetzt so langsam aber sicher ins Bett. So ganz fertig ist doch noch nicht. Es gibt jetzt noch eine Überraschung. Und so eine Überraschung vom Haus. Ein Schnaps, wo niemand weiss, was drin hat. Ausser der Senior Chef vom Eisenbähnli. Und jetzt sind wir natürlich super gespannt, wie das Ganze schmeckt. Und ich würde sagen... Gut, dass wir ja nicht mehr fahren. Genau. Prost. Zum Wohl. So, das wäre es definitiv gewesen für die ersten Folge durch den Thurgau. Ein wunderschöner Tag. Aber auch ein wenig streng. Ja, es war definitiv streng. Aber nach dem super letzten Gespräch mit Reto, dem Chef vom Eisenbähnli, sind wir jetzt wirklich fällig fürs Bett. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Alle Videos zu unserer Thurgauer Genusswoche findet ihr hier unten in dieser Playliste. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal hier. Und zum Schluss gibt es auch noch einen Wettbewerb. Wenn ihr nämlich einen Gutschein für einen Thurgauer Geschenksherrass gewinnen wollt, dann findet ihr alle Informationen hier oben. Achtet euch auf Buchstaben und viel Glück.